Hi YouTube, moin, willkommen zu einem neuen Video von mir, Antonia. Wir schauen uns heute wieder Zuschauer-Videos an. Wenn ihr live dabei sein wollt, schaut auf Twitch vorbei. Und wenn nicht, dann seid ihr hier dabei. Und lasst ein Like da. Also, let's go. Erstes Video für heute. Hi, welcome to Funny Frequiz. Your channel to have fun. But especially to learn something new. Okay. Oh mein Gott, mach mir nicht so Zeitdruck. Ist ein Walross, 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 Walross. Oh fuck, äh, ähm, das ist ein Luchs. Den hatten wir vorhin schon, ein Luchs. Dinosaurier. Ein Elch. Zebra Pferd. Äh, ein Kakadu. Kakadu. Ein Tukan. Äh, eine Echse. Äh, Komodo. Nen, äh, Kamel. Kamel. Im Tromeda. Das weiß ich. Das ist ein, äh, sag's nicht. Pst, pst, pst. Ein Schalentier. Ah, ein Gürteltier. Oh, das hab ich gewusst. Ein Gürteltier. Oh. Das hab ich ganz gut abgeschnitten, würde ich sagen. Do you have something? Das ist die Angst vor irgendwie so großen Gewässersachen und mechanischen Teilen unter Wasser. Also ich find's jetzt nicht cozy. Ich würd da jetzt nicht chillen wollen. Aber es ist jetzt nicht so, als machen wir die Bilder so insane Angst. Also cool find ich's jetzt nicht. Ich weiß nicht. I don't know. Was ist das für ein Tier? Es sieht aus wie ein Tier, was dir die Hände abbeißt. Das sieht nicht gesund aus. Aber auch sehr süß. Es ist so ein Mix aus so vielen Tieren irgendwie. Das ist ein Bär, eine Katze, alles ist irgendwie drin. Ein Puma. Find ich sehr süß, aber es sind wirklich... Pumas sind ja voll schön. Ich bin nicht so eine, auch sie. Der ist aber voll süß. Ein Panther. Ich glaub, Panther sind jetzt meine Lieblingstiere. Oh, wow. Das ist alles das Video. Ja. 4000 Grad. Das ist alles mit mehr Energie-Dense Fuel. In diesem Fall, LPG. Compressed Liquid Propane Gas. Das kann uns 50x mehr Energie per Kilogramm als ein LiPo. Und die cool thing... Look at that red-orange. That almost hurts to look at. Wir haben Strontium Chloride. Woo! Das ist wie ein Road Flare. Das ist eigentlich hurts to look at. Look at that. Wir haben ein Sodium Chloride, also known as Salt. Woo! Und look at that. Wir haben Ray's Lightsaber, right here. Crazy. So we're able to produce a blue lightsaber, a green lightsaber, a red lightsaber, an amber lightsaber and even a yellow lightsaber. Schauen wir uns das mal an. Richtig krass. Alter, wie krass es auch auszieht und gemacht ist es übelst heftig. Die Menschen, die müssen wir in Star Wars auch immer mit so einem kompletten Rucksack rumlaufen. We did it. The world's first retractable plasma-based lightsaber. Now obviously, we're going to have an amazing test video for this. We've got tons of stuff set up behind us. We can really put this through its paces. Ich verstehe zwar nicht, wie es funktioniert. Plasma, ich weiß nicht, was Plasma ist, aber voll krass. Wie es halt außen einfahren kann, ist halt saugeil. Mit Gas. Insane. Ohne das. Das hier sieht real talk aus, wie in so einer Star Wars Film. Real talk, sau 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 sau. Sau cool. Ich kann dir sagen, was mir am allerbesten gefällt. Kameramann, fünf mal fünf Meter Schwenkgrill. Überragend. Über 200 Schnitzel drauf. Sowas sucht deutschlandweit das Gleiche. Das ist einfach nur überragend. Ohne schade. 250 Schnitzel. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte am Anfang ganz kurz, das wäre Jens aus Raststadt. Ganz kurz im Moment war ich so, Jens? Jens aus Raststadt? Ist es? Eine Sekunde kurz. Big Bonk an der Stelle. Big Bonk. Stark, stark. Wie ist das Intro so komisch? Wie ist das Intro so komisch? Ja, Katzen. Katzen in Nutzell. No joke, Katzen. In Ohren. Aua. Coming down the slot hot, Semino. We have braces for it. Short. Same. Die arme Katze. Classic, aber classic. 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 Einfach Outlast. Zwie hat 66 Millionen Aufrufe. 66 Millionen. Oh, können wir uns auf eine Sache einigen? Können wir uns darauf einigen, dass ich besser Auto fahre als er? Das können wir machen, oder? Ausnahmsweise. Haben wir jemanden gefunden, der laut euch schlechter Auto fährt als ich? Komm, ich gehe jetzt einfach mal mit Ja. Ich habe einige Ja's im Chat gesehen, ich gehe einfach mal mit Ja. Ich sehe es nämlich auch so. Aua. Big Bonk. Wir haben uns jeder noch ein Bier gegönnt vorhin in der Bahn. Das hat die ganze Zeit übst reingehauen. Michi! Ey, das ist kaputt. Ich habe es auf Video. Sehe mal ehrlich. Michi King. Der ist wirklich ein King, oder? Guck mal, wie krass ist dieser Typ einfach, dass der da runterrollt mit seinem Bier und es einfach nicht kaputt macht. Er lässt es nicht fallen. Er lässt es nicht fallen. Er macht alles für das Bier. In meinen Augen ist Michi ein Held. Real Talk, ich habe das so gehasst. Ich fand das so unfassbar unnötig, dass wenn Lehrer rausgegangen sind, dass dann auf einmal alle so rumgeschrien haben. Es wäre so meine Zeit gewesen, um einfach mal kurz zu pennen. Oder einfach mal kurz zu chillen. Dass alle mal kurz ihre Fresse halten. Es wäre so angenehm gewesen, wenn alle kurz zu trinken, ihren Kopf auf den Tisch legen, kurz chillen. Aber nein. Klasse waren so. Lüre, Lüre. Am besten noch so laut, dass so ein Ersatzlehrer kommt. Bisschen, wenn ihr Freistunden, wenn der Lehrer nicht kommt. Und ihr habt Freistunde. Und dann schreien die Leute so laut rum, bis ein Ersatzlehrer kommt. Ich habe es nie verstanden. Wieso können wir nicht einfach alle pennen? Ich war auch tatsächlich einer der Personen, die die Pausenzeit, also die Pause, öfter genutzt hat, um halt einfach mal schlafen zu gehen. Hier ist Will. Coming down the spine of the hill. There he goes. Gonna get some air. Hey, are you okay? I'm dying. Help me. Das bin ich. Ich bei der kleinsten Kleinigkeit. Me. A year ago, Elon Musk was sitting in traffic in Los Angeles and thought about how cool it would be if he built a tunnel under the city. So he built a tunnel under the city and then he started selling hats for his tunnel. 50,000 hats later, he got bored with hats and switched the hats out for flamethrowers. He sold 20,000 of those. And then five days later, he tied his car up to the most powerful rocket ever made and shot it into fucking space. Elon Musk, einmal Legende, no joke. Elon, er ist eine Legende, kann man sagen, was man will. Get in the bag. Oh, jetzt habe ich Hunger. Also nicht, weil ich die Katze essen, also weh, weil da eine Tüte liegt und es sieht aus, als wäre das so asiatisches Essen oder so. Was soll ich für dich aufnehmen, oder? Ja, das auch. Sascha, was machst du denn da? Oh, er erwischt Sascha. Ich hätte echt gedacht, Sascha wäre nicht Raucher. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, der tut einfach immer so Kerzen anzünden bei sich im Stream, deswegen kommt der Rauch halt davon. Ah, ist enttäuschend, Sascha, enttäuschend. Mein Sub ist gekündigt jetzt. When you only know two notes, but you gotta set the club on fire mit two notes? Huh, was hat two notes? Okay. 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 Mm-hmm. Oh. Oh, stark. Haben wir lang gebraucht. Nein? Das war aber eine nice Session. Da waren sehr, sehr gute Videos dabei. Fand ich sehr, sehr cool.